So, grüßt euch Leiden und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sturm Graz FIFA 23 Karriere. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Folge gefällt, bleibt unbedingt dran. Wir spielen gegen den SV Ried auswärts, haben nur einen Punkt aus drei Bundesliga-Partien. Es ist natürlich nicht sehr gut und Yangtze hat natürlich sein erstes Saisontor erzielt. Wir haben nur einen Punkt erkämpft nach drei Spielen, das ist sehr schlecht. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und wir schauen jetzt einmal in die Startaufstellung rein. Die Biesigkeit ist natürlich beschissen. Vorwärts. Dann schauen wir dann natürlich rein ins Spiel, den der SV Ried. Wo wir natürlich Punkte holen und das ordentlich machen. Ajeti steht hier nur zum Spaß. Der Ball geht sofort nach vorne. Gut gespielt. Und da ist das jetzt zu 0. Jakob Janscher mit der Führung. Wunderbar gemacht. Zehnte Minute und da tanzte er die halbe Mannschaft aus. Findet den Weg durch. Er ist sehr gut zusammengespielt worden mit Ajeti. Und ein wunderbarer Topo Bass. Der hat gespielt. Und da ist wieder einer. Und das ist das 2 zu 0. Doppelschlag durch Jakob Janscher. Banz ins Tor. 13. Minute. Und das ist ein schneller Doppelschlag. Ja, der Trainer hat das richtig eingestellt. Und ja, was soll man sagen? Er zieht sofort ab. Er lässt. Er fuckelt nicht lange. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir da was rauskriegen. Da verschätzt sich ein gewisser Herr Irlander. Rudi Molli. Pauli Molli. Ja. Ja, so schnell kann es gehen, meine Herr Schatten. Und das ist der Anschlusstreffer. Ein Riesenfehler in der Abwehr. Ja. Oh, das war knapp. 65. Minute. Immer ein Rinderfuß dazwischen. Und jetzt spielen sie extrem guten Fußball auf einmal. Sehr schön wieder ausgebessert. Aaron Stankowitsch. Der Laufen spielt. Sehr schön. Gut hinausgespielt. Es ist Jakob Janscher mit dem 3 zu 1. Hedrick Janscher ist da. JJ. Hedrick JJ. Nicht klicken rein. Aber dennoch macht Jakob Janscher alles richtig. Er kriegt den Ball noch einmal zurück. Zieht da drinnen, bevor er noch auf die Haas zieht. Und da ist die SV Ried etwas, etwas sehr plakfähig. Das war ein Foul. Aber der Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Der hier nicht faul bleibt. Da hat wieder mal alles gut gelaufen. Ist wieder mal alles gut gelaufen. Sturm spielt jetzt. Sturm spielt sehr gut. Da kommt der Ball in den Strafraum. Und das 4 zu 1 durch Mampri Zakaria. Mampri Zakaria. Sehr gut herausgespielt. Er gibt die G-Tinnerinnen. Und den nimmt er schön mit. 4 zu 1. Da wird die SV Ried einfach mal abgeschossen. Sehr gut wurde den Ball erobert. Das war ein besonderes Ball. Der pfeift aber nicht. Sehr gut gelöst. Aber der Schiedsrichter pfeift doch voll. Zwei Minuten Nachspielzeit. Ein 4 zu 1 Sieg. Ist natürlich sehr schön. Und jetzt ist der Abpfiff erfolgt. Sehr, sehr gut. Ja, mit dem sind wir ja natürlich dann zufrieden, oder? Das nächste Spiel steht gegen Laskan. Wir schauen einmal ganz kurz auf die Tabelle rauf. Oh, wir haben uns nach oben geschlagen auf... Das ist ja gerade ein Tabellenführer. Okay, wir haben uns nach oben geschlagen auf drei Punkte hinter Salzburg. Und natürlich acht Punkte hinter Lask. Auf die Tabellenführung. Es ist natürlich nicht schwer, hier keine Punkte zu sammeln. Aber wir haben uns nach vorne gepusht. Und Salzburg lasst hier natürlich auch federn in dieser Saison. Von dem her sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid. Ciao, servus, grüß euch. Ciao, servus, grüß euch.